Yo, cheers Leute, Captain Neifi am Start. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe letztens schon ein Unboxing-Video gemacht zu den sehr, sehr abgefahrenen und schönen Werken von Peter Döring. Ihr findet die Sachen alle hier unter www.gold-und-messerschmiede.de. Werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung einen Link reinschicken. Und da könnt ihr euch nochmal die ganzen Produkte von ihm nochmal genau angucken auf seiner Seite. Da stehen die Preise dazu, da stehen Materialien dazu. Und ja, ihr könnt ihn natürlich auch kontaktieren, den Peter. Und zwar hier unten steht schon seine E-Mail-Adresse gold-und-messerschmiede-at-web.de oder ihr ruft ihn einfach hier unter diesen Nummern an. Ja, ich möchte heute mal mit den Zippus anfangen und mit den Beats, die er mir geschickt hat. Er hat mir ja noch Messer auch noch geschickt und die werde ich auch nochmal im Einzelnen vorstellen. Aber heute, wie gesagt, möchte ich mal mit dem Gear, das er eben auch herstellt, einfach mal starten. Ja, ihr seht schon zwei sehr, sehr coole Zippus hier oben liegen und die sind supergeil. Also ich würde sie am liebsten gar nicht mehr hergeben wollen, weil die wirklich bombig sind. Leider rauche ich nicht mehr, sonst würde ich mir echt so ein Teil besorgen. Also ich habe immer schon gerne Zippus gehabt und habe früher auch lange Zeit geraucht. Bin jetzt auf E-Zigarette umgestiegen und leider benutze ich eigentlich gar keine Feuerzeuge mehr, außer ich bin mal beim Camping unterwegs. Naja, vielleicht findet er doch noch eins zu mir. Egal, wir fangen jetzt erst mal mit den Beats an und zwar haben wir zwei richtig schöne Messingbeats. Die hat der Peter alle in Handarbeit hergestellt und ja, die sehen einfach richtig, richtig cool aus. Ich hoffe, mein Fokus macht jetzt gleich hier nochmal scharf, weil das wäre jetzt ein bisschen blöd so. Die sind sehr, sehr schön und fein gearbeitet hier. Also wir sehen hier schöne Strukturen, die der Peter hier reingeschliffen hat von Hand. Und ja, das ist auch ein richtig großer Beat. Also ein schöner, cooler Anhänger für einen Schlüssel, für einen Rucksack, vielleicht auch fürs Messer, für ein großes Messer dann eher. Ja, ist wirklich sehr, sehr top gearbeitet. Also ich sehe hier gar keine Marke. Es gibt ja manchmal, wenn man irgendwelche Beats in die Finger kriegt, die handgefertigt sind, da gibt es dann manchmal schon so kleinere Stellen, wo dann hier irgendwie was unsauber gearbeitet worden ist. Aber das Teil sieht hier aus wie aus einer C&C-Fräse und ist wirklich bombig. Also wirklich sehr, sehr schöne Muster hier drauf, schöne Grooves drin, schöne Rillen, wo sich das Licht auch wieder schön brechen kann. Und ja, auch hat schon ein schönes Gewicht, ein ordentliches. Da weiß man, dass man einen Anhänger auf jeden Fall dran hat. Aber ich mag das immer ganz gern, wenn die Beats auch mal ein bisschen größer und auch ein bisschen, ja, ein bisschen schwerer einfach sind. Genau, der Beat ist wirklich top verarbeitet, wie ich schon gesagt habe. Hier unten ist auch noch eine kleine Scheibe drauf, die drauf gedreht wurde. Und als Lanyard hat man hier, oder hat der Peter sich hier für ein Paracordband entschieden, das hier wahrscheinlich im Innern des Beats, ja, verschweißt wurde, denke ich mal, durch Hitze. Also hier ein toller Messing-Beat. Der wird auch noch eine schöne Patina annehmen, wenn man den wirklich öfter in der Hand auch hat. Dann oxidiert Messing natürlich auch. Und ja, da kommt auch manchmal Grünspan drauf. Oder es wird einfach ein bisschen dunkler mit der Zeit. Also ich finde das immer ganz schön, wenn da so eine natürliche Patina drauf kommt. Wir haben hier noch einen zweiten coolen Messing-Beat. Der sieht auch sehr, sehr cool aus. Finde ich hier. Schöne, langgezogene Grooves drin. Noch mal ein bisschen leuchtender als der andere. Klar, das liegt halt hier, weil wir hier einfach mehr Oberfläche haben. Und der ist auch ein bisschen leichter hier. Hier kann man auch unten mal ins Innere gucken des Beats. Da sehen wir schon das Paracord, wie es hier verschmolzen wurde, dass es natürlich auch hält. Also die halten wirklich sehr, sehr gut. Ich habe schon ein bisschen dran gezogen und so weiter. Also natürlich nicht zu fest. Ich möchte ja nichts kaputt machen. Aber die halten es sehr, sehr gut auch an dem Paracord dran. Also tolle Arbeiten hier von Peter. Wirklich super klasse. Finde ich sehr, sehr cool. Ich stehe auf die Teile. Und Preise hierfür findet ihr auf seiner, ja, auf seiner Homepage auf jeden Fall. Goldundmesserschmiede.de. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Das sind noch viele, viele andere Beats aus Titan. Auch Schlüsselanhänger, die auch ein bisschen länger sind. Auch mit Holzeinlagen mit drin. Ja, Titan, Messing, Kupfer. Da ist wirklich alles mit dabei. Noch richtig, richtig coole Arbeiten. Da müsst ihr unbedingt mal reingucken. Also es lohnt sich wirklich. Sehr, sehr coole Teile. Wirklich Respekt hier an deine Arbeit. Gefallen mir sehr, sehr, sehr gut. Ja, jetzt kommen wir zu den Highlights auch schon von den, ja, also einer meiner Highlights auf jeden Fall. Ich fange jetzt erstmal mit dem zu bauen. Ich finde beide wirklich sehr, sehr cool. Die sind wirklich hammermäßig gearbeitet. Und ja, das hier finde ich auch besonders cool. Das ist das Modell Armor Case, nennt sich das. Das ist hier ein aufgelöteter Damastil, Skull, der wirklich auch per Hand ausgesägt wurde. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob du das mit der Säge auch gemacht hast. Höchstwahrscheinlich, klar. Genau, das ist ein aufgelöteter Damastil, Skull. Also der würde hier auf das Messing aufgelötet und sieht einfach hammermäßig aus. Da sind eine geile Struktur hier auch drin von, ja, von dem, so eine Damaststruktur auf jeden Fall. Der wurde ja nochmal geätzt, der Skull, damit diese Strukturen auch rauskommen hier. Es sind wieder verschiedene Städte, die benutzt worden sind, zu einem, ja, zu einem Block geschmiedet. Das Teil wird dann auch abgetrennt und dann halt in richtiger Form gebracht und dann nochmal geätzt. Also steckt schon viel Arbeit drin, auf jeden Fall. Und unser Skull hier, der auch ein cooles Design hat, finde ich, wurde dann auf das Messing aufgelötet. Und hier das Messing ist auch nochmal oxidiert. Also das ist nicht, ja, kann man sagen, das ist künstlich gealtert worden. Also es ist hier schon dunkler geworden an einigen Stellen und ich finde diesen Used Look ziemlich cool. Da stehe ich total drauf. Also wenn es nicht so gleichmäßig ist, ich mag das total gern. Wenn das Messing wirklich aussieht, das hätte schon einiges erlebt. Und ja, also wirklich ein sehr, sehr cooles Zippo, was wir hier haben. Ist natürlich auch, ja, ein Original-Zippo, sollte schon sein. Es gibt ja auch diese, ja, diese günstigeren Fake-Zippos und die gehen halt einfach schnell kaputt. Habe ich selber auch schon die Erfahrung gemacht. Ja, Zippo lässt sich natürlich toll öffnen. Hier haben wir nochmal Messing innen drin. Also sieht sehr cool aus. Macht richtig was her, das Teil. Dann hier mit diesem Schädel, der hier übersteht. Also richtig, richtig cool das Ding. Hammermäßig. Finde ich saugeil, das Teil. Ja, das Zippo kommt zu euch. Zu einem Preis von 180 Euro. Finde ich völlig okay für so viel Handarbeit, was da drin steckt. Man hat an dem Zippo wirklich lange Freude. Also ich habe, wie gesagt, früher ja auch geraucht. Und ja, hatte mein Zippo, mein allererstes. Das war ein ganz einfaches, ein gebürstetes Edelstahl-Zippo. Das habe ich immer noch. Also ich glaube, das habe ich locker schon seit 12, 13 Jahren. Klar ist es ein bisschen verbeult und hat hier mal eine Macke oder wie auch immer. Aber die Teile halten einfach ewig. Und auch der Docht drin, der hält auch ewig lang. Also hier lohnt es sich wirklich. Ja, wenn man wirklich was Cooles haben will, kann man hier locker mal die 180 Euro in die Hand nehmen, finde ich. Weil da wirklich sehr, sehr viel Handarbeit drin steckt. Sehr viel Schweiß und Liebe. Und man hat wirklich ein einzigartiges Zippo am Start. Und das ist wirklich was richtig Cooles. Und ihr seht auch schon, der Damastil ist geil. Der ist auch schon relativ stark hier. Das dürfte hier locker an die 3,5 Millimeter sein. Und man hat hier auch schön was in der Hand bei diesem Zippo. Es ist nicht so schwer, aber es fühlt sich gut an in der Hand. Und ja, es ist einfach ein totaler Hingucker. Also richtig, richtig cool was hier. Ja, Respekt an dich, Peter. Also richtig geile Arbeit. Hammermäßig. Sehr, sehr cool. Also Leute, wenn ich es nicht kaufe, dann soll es einer von euch kaufen. Weil ich bin echt schon drauf und dran, mir so ein Ding zu holen. Also sie sind richtig, richtig cool. Stich total auf. Es gibt noch ein zweites Zippo hier. Auch richtig geil. Ich weiß gar nicht, welches ich besser finde. Ich finde natürlich da den Damastil sehr, sehr cool von der Variante. Und auch das oxidierte Messing ist auch sehr, sehr geil. Was hier natürlich nochmal Bombe ist an diesem Teil. Das ist auch aus Messing, das Zippo. Kommt hier mit einer, ja, mit einer geätzten Oberfläche daher. Die ist richtig, also es ist richtig strukturiert, wenn man hier drüber fährt. Und das sieht auch richtig, richtig cool aus. Hier wurde jetzt kein Damastil verwendet. Hier hat man jetzt, da wurde ein Kupfer, aufs Kupfer, ein Kupfer-Skull wurde hier rausgearbeitet aus einem Stück Kupfer. Ist jetzt von der Dicke ein bisschen, ja, nicht so stark. Ich denke mal so an die 2 Millimeter, 2,5. Nicht so stark wie der Damaskal. Auch natürlich ein bisschen leichter vom Material her. Genau, wurde hier rausgearbeitet aus einem Stück Kupfer. In Form gebracht. Auch nochmal ein bisschen oxidiert. Aufgelötet auf dieses Zippo. Und bevor das alles passiert ist, wurde hier die Grundfläche von dem Messing-Zippo, wurde hier nochmal geätzt. Und das sieht richtig cool aus. Also hier haben wir hier unten ganz viele verschiedene Strukturen. Man kann sich das Zippo wirklich lange angucken und man entdeckt immer wieder was Neues. Man hat hier unten so eine Art wellenartige Formen. Hier oben so ein bisschen Splash. Und ja, hier auch nochmal breitere Strukturen. Und die sind wirklich tiefgehend. Also es fühlt sich richtig gut an, wenn man hier drüber fühlt. Dann merkt man wirklich die einzelnen Strukturen und das ist sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Ein weiteres Highlight an diesem Feuerzeug, wenn ihr euch jetzt mal den Rand anguckt. Da sind nochmal ringsrum Säumen, Totenköpfe. Ja, das ganze Zippo. Und das sieht auch mal richtig, richtig cool aus. Also wirklich ringsrum. Geätzte Totenköpfe, die auch wieder eine Struktur aufweisen. Also wenn man hier auch wieder drüber fährt mit dem Finger, spürt man diese Augenhöhlen, die Zähne. Also es ist wirklich tiefgehend. Also richtig, richtig cool. Also hammermäßig. Diese Adsarbeiten. Die sind von Rico Freger gemacht worden. Ja, kenne ich auch schon länger über Facebook, über die Messergruppen. Und ja, der macht richtig coole Sachen auf jeden Fall. Und das sieht einfach bombig aus hier. Das ist, also besser geht es nicht. Ich finde sonst keine anderen Worte dafür. Richtig, richtig cool. Natürlich haben wir hier auch nochmal, ja, im Inneren auch nochmal Messing. Und ja, hier steht der Skull auch wieder über. Sieht sehr, sehr cool aus. Genauso wie beim anderen Feuerzeug. Lässt sich hier auch wieder top schließen. Also top gearbeitet. Da kratzt nichts an diesem Skull vom Deckel. Auch beim anderen Feuerzeug kratzt überhaupt nichts. Also die sind wirklich millimetergenau gearbeitet. Und dieser ist geil. Der stört in keinster Weise. Das ist ein bisschen leichter, wie gesagt, als das andere. Ja, liegt einfach an dem Kupfer auch hier. Was auch ein bisschen, ja, ein bisschen, also ein bisschen dünner auch aufgelegt worden ist. Und ja, einfach hier auch nochmal die Rückseite. Sehr, sehr geil. Einfach hammermäßig gefinisht. Sehr cool. Das stört auch überhaupt nicht, wenn das Feuerzeug mal in der Hosentasche landet. Beim Schlüssel, wenn da ein bisschen Struktur drauf kommt, durch diesen Schlüssel. Das stört hier gar nicht. Also würde mich jetzt nicht stören. Klar, wenn es jemanden stört, dann kann er sich da locker auch ein Case dazu machen lassen. Vielleicht ein kleines Sleeve oder so ein Pocket, ja, so ein Pocket Sleeve aus Leder, wo er es reinstecken kann. Oder es kommt halt in die Feuerzeugtasche. Nochmal ein Highlight. Hier unten haben wir noch eine kleine Öse aus Kupfer angelötet. Da hat ein Paracord drin Platz. Auf jeden Fall, wie wir hier schon sehen. Da hat der Peter noch einen kleinen Beat mit dran. Und der ist auch wirklich sehr, sehr cool. Leider ist mein Fokus nicht so bombig. Ich würde jetzt gerne ganz nah hin zoomen. Aber ja, funktioniert gerade nicht, leider nicht so gut. Dieser kleine Beat, auch aus Messing handgefertigt. Auf dem Messing Beat ist nochmal ein kleiner Skull aufgelötet. Also, und der ist so klein und filigran. Und er streckt sich hier ringsrum um den Beat. Also drei kleine Skulls aus Kupfer natürlich. Wieder passend hier zum großen Kupfer-Skull. Und das ist doch mal richtig, richtig cool. Richtig bombig. Also hammermäßig. Passt perfekt. Und das ist auch wieder so toll gearbeitet hier. Auch mit so einem ganz, ganz feinen kleinen, ja, sieht schon so ein bisschen aus wie Hammermarks hier drauf auf dem Totenkopf. Ihr könnt es jetzt leider nicht so gut sehen wegen meiner Kamera. Die stellt jetzt hier leider nicht so scharf. Aber echt mördermäßig cool. Hammergeil. Also gefällt mir top. Ja, das ist die Variante Skulls. Nennt sich das Feuerzeug. Genau, hier wurde eben der Kupfer-Skull aufgelötet. Mit den Edsarbeiten. Auch mit diesen coolen Totenköpfen, die ich euch schon gezeigt habe. Sind wir hier bei dem Messer, bei dem Preis von 220 Euro. Und der Beat, der kommt nochmal für 110 Euro zu euch. Genau. Weil hier wirklich, ja, das ist wirklich eine Herausforderung, in der kleinen Größe so genau zu arbeiten. Da ist dieser Preis auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich habe selber einen guten Kumpel, der ist Silberschmied. Und ja, ich weiß, was da für Arbeiten drinstecken. Und ich finde die Preise hier auf jeden Fall völlig okay. Völlig. Für den einen oder anderen mag das viel sein. Aber man muss wirklich dann denken, das ist wirklich Handarbeit. Ja, Peter. Was soll ich sagen? Ich finde es wirklich geil, was du produzierst. Ich finde es ganz, ganz toll, dass diese Handwerkberufe noch nicht aussterben. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich hoffe, auch in der nächsten Zeit werden sich andere Leute auch wieder handwerklichen Berufen widmen. Und ja, deswegen hatte ich einfach Lust, dich da auch zu unterstützen und deine Produkte vorzustellen, weil ich das einfach cool finde, ja, wenn diese handwerklichen Berufe einfach ja auch ein bisschen gepusht werden. Und was hier einfach rauskommt, was für kreative Ideen und so sauber umgesetzt ist, finde ich einfach Wahnsinn. Also richtig cool. Ja, nochmal vielen, vielen Dank, Peter, fürs Ausleihen der wunderbaren Sachen. Und ja, es fällt mir schwer, die wieder zurückzuschicken, auf jeden Fall. Aber ich werde ich natürlich machen, ganz klar. Aber ich möchte mich da auch nochmal für dein Vertrauen bedanken. Finde ich klasse. Ja, an euch da draußen. Guckt auf jeden Fall mal beim Peter rein in die goldundmesserschmiede.de. Schreibt den an. Guckt euch einfach mal die Sachen an. Ja, da ist bestimmt was dabei, was euch gefällt. Und ja, wie gesagt, in der Videobeschreibung steht auch nochmal seine, ja, seine Website. Werde ich auf jeden Fall nochmal auflisten. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Lasst ein paar Kommentare ab. Wie gefallen euch die Produkte von Peter? Würde mich auch interessieren. Also ich bin hin und weg. Lasst ein paar Kommentare da, wenn ihr Bock habt. Wäre fände ich cool. Und ich freue mich auf jeden Fall wieder, wenn ihr einschaltet. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Mal. Peace. I'm out.